Ich habe mir für nächstes Jahr ein Ziel gesetzt mit 30 Krügen, also ich habe heuer ein Weltrekord mit 27 Krügen gemacht. Ich will ausprobieren, ob 30 gehen, natürlich nicht auf einmal von 27 auf 30 steigern, das muss ich auch wieder in Etappen machen, jetzt probiere ich 28 Krüge und dann kann ich nochmal Step für Step einen mehr machen und dann bis ich bei 30 bin. Das Schwierigste ist bei dem immer das Abstellen, also dass da noch kompakt steht, dass da nichts umkippt, das ist nochmal ein extremer Kraftakt, also nach der gelaufenen Strecke. Die Kraft nochmal bündeln und einfach kontrolliert abstellen, das ist schon das Schwierigste dabei. Bravo! 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 Und locker hinkaut, oder? Ja! 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 Ja!